So, schönen guten Tag. Heute geht es um das dritte Video aus meiner Miniserie Sicherlagerkonzept. Es geht heute um das Thema Diamanten, Anlagediamanten und auch Farbedelsteine. Und warum diese Anlageklasse unbedingt in ein gut und breit diversifiziertes Portfolio muss. Das wird heute mein Thema, auch natürlich in Bezug auf das Sicherlagerkonzept. Über die Vorteile habe ich ja schon berichtet in den letzten zwei Videos. Ich möchte ganz kurz nochmal wiederholen, im ersten Teil, wenn du es noch nicht geschaut hast, werde ich unten nochmal verlinken, die zwei Teile. Im ersten Teil ging es generell um das Sicherlagerkonzept außerhalb der EU oder auch in Deutschland. Zwei Möglichkeiten, mit einer Einwohneranlage sowohl in Edelmetalle zu investieren, bei Silber das Ganze mehrwertsteuerfrei einzulagern, natürlich auch bei Platin und Palladium. Und dann ging es im zweiten Video um das spannende Thema Industriemetalle, seltene Erden, wie du da auch partizipieren kannst. Und heute, wie gesagt, als Beimischung, als unbedingte Depot-Beimischung der Bereich der Anlagediamanten und auch Farbedelsteine. Weil wir können in diesem Sicherlager beides einlagern. Und das ist halt das Spannende. Ich habe viele Gespräche schon geführt und ich habe auch Videos gedreht zum Thema Anlagediamanten und habe immer ganz klar darauf hingewiesen, Anlagediamanten empfehle ich bei einem liquiden Vermögen jenseits der 250.000 Euro. Und das war immer das Thema, dass ich Mandanten hatte und die sagen, ja, ich will aber einen Einkaräter bester Qualität. Und da liegen wir halt schon bei 20.000 Euro. Und deswegen funktioniert das nicht mit einer Geldanlage für 10.000 Euro. Ja, funktioniert einfach nicht. Das heißt, ich müsste schlechtere Qualitäten kaufen in dem Moment oder ich müsste statt einem Karat einen Halbkaräter, einen Drittelkaräter reinnehmen. Und das empfehle ich nicht. Also weniger wie 0,5 Karat würde ich nicht empfehlen. Definitiv nicht empfehlen. Würde aber jetzt für das Video zu lange dauern, aber können wir gerne nochmal ein Video machen im Detail. Also wir empfehlen ab 0,5, besser sogar ab einem Karat, bester Qualität. Und das ist natürlich möglich, weil du, ich sage mal, praktisch einen Stein komplett reinlegen kannst in das Sicherlager. Hast damit auch günstig das Risiko der Lagerung abgegeben, weil da habe ich ja auch im letzten oder vorletzten Video darüber berichtet. Weil es ist auch ein Thema, wie sichere ich das Ganze ab. Nicht jeder möchte sich einen riesen Tresor aus Sicherheitsgründen installieren und oder im Bankschließfach geht ja gar nicht. Da habe ich ja auch schon zig Videos gemacht. Also von daher eine sehr, sehr gute Möglichkeit, auch hier die Diamanten in einem Sicherlager zu bewahren. Also ganze Stücke und oder auch in Form des Sparplans, der definitiv dieses Jahr noch gestartet wird. Dass man auch die Möglichkeit hat, hier ratierlich ab 50 Euro Monat für Monat einzusteigen. Und das Geniale ist, dass man hier Step by Step über die Jahre hinweg auch investiert in Diamanten am Stück. Beziehungsweise kann sich dann auch bei einem Stück den ganzen Diamant abholen. Weil der Diamant wird eingelagert. Natürlich klar, dann hätte man die Mehrwertsteuer, die man jetzt spart. Aber man könnte praktisch auch den Diamanten, dafür haben wir gesorgt, auch abholen. Also wirklich eine rundum gelungene Möglichkeit. Und ich sage immer, bevor ich einen Bausparvertrag empfehle oder ich sage mal für Kinder und Enkelkinder abschließe, ist das natürlich eine richtig gute Möglichkeit, um wirklich gleich von Anfang an in Sachwerte zu gehen. Anstatt irgendwelche Papierleistungsversprechen, die in der Geschichte immer wieder gebrochen wurden. Und jetzt nochmal ganz kurz ein paar Worte zu den Anlagediamanten, auf was ihr achten müsst, was die Qualität angeht. Und auch nochmal ein paar Worte zu den Farbedelsteinen, wobei ich da auch nochmal separate Videos machen werde. Beziehungsweise wenn ihr bei mir im Newsletter seid, werdet ihr Step by Step auch informiert, wann es losgeht mit dem Sparplan, auf jeden Fall dieses Jahr. Es gibt Sonderkonditionen bei Eröffnung. Es entstehen, das kann ich schon sagen, keine zusätzlichen Kosten, gerade was jetzt die Eröffnung angeht. Und das ist auf jeden Fall schon ein Thema. Und wenn du wissen willst, wann es losgeht, dann trag dich jetzt schon mal auf jeden Fall ein. Aber bevor es losgeht, wie gesagt, hier jetzt ein paar Worte zu den Anlagediamanten. Und zwar ist es wichtig, dass du eine ausgezeichnete, wenn jetzt sogar die beste Qualität erwirbst. Bei absoluten Experten, die das Ganze nicht nur 5 oder 10 Jahre machen, sondern unser Diamantenhändler, der uns beliefert, der macht das Thema seit 50 Jahren. Jetzt auch schon in der nächsten Generation. Und hier ist es wichtig, dass du erstens mal, was ich eben schon erwähnt hatte, auf das Gewicht achtest. Also wir empfehlen ab einem Halbkarat, besser aber, und das lagern wir auch ein, 1 Karat Steine, bester Qualität. Das heißt, nur die ausgesuchte Größe, die Farbe ist wichtig, von hochfeinem Weiß. Also wir werden Weiß anbieten, Weiß Plus, also die D-Qualität und auch die G, wie Gustav Qualität. Allein das sind schon Preisunterschiede. Nur, was die Farbe betrifft, von fast oder, ja, um die 50%, ob du einen D-Stein kaufst, ein Karat, oder einen G-Stein, bester Qualität, muss man sich vorstellen, 50% Unterschied. Hier dran sieht man schon, man kann nicht einfach nur sagen, ich kaufe mal ein Diamant. Da gibt es Preisunterschiede von bis zu 2, 3, 4, 100% und da muss man sich auskennen. Das ist halt wichtig, dass wir, und das ist auch logisch, nur die beste Qualität für Anlagezwecken geeignete Diamanten da reinlegen in das Lager. Dann ist es wichtig, das Zertifikat ist schon das fünfte C von den vier Cs, hast du wahrscheinlich schon gehört. Ich rede immer gern von fünf Cs, weil das Zertifikat auf Englisch ist wichtig. Und da haben wir natürlich mit das beste oder das beste weltweite Zertifikat GIE mit an Bord. Ganz, ganz elementar wichtig. Die Reinheit ist wichtig. Lupen rein, EF, ja. Also das ist die Reinheit. Dann der Schliff und die Politur und natürlich auch die Symmetrie. Beides exzellent. Ja, es gibt verschiedene Abweichungen und wir empfehlen dreimal exzellent. Und das einfach mal zu der Qualität der Steine, weil es nützt dir nichts, einen mittelmäßigen Stein einzulagern. Hier auf dem Kanal und auch im Sicherlager geht es nur um eins. Es geht um, ja, Geldanlage. Es geht um Sicherheit, maximale Sicherheit. Und das ist gewährleistet ausschließlich mit der besten Qualität. Und ich bin immer für eine große Diversifikation, für eine komplette Flexibilität in der Geldeanlage. Ob du den abholst oder jetzt erstmal sicher lagerst. Alle Optionen. Und du kannst ab 50 Euro mit diesem Sparplan beginnen. Und bist komplett wie ein Blumenstrauß. Ja, komplett investiert. Sowohl in Edelmetalle wie Gold, Silber, Platin, Palladium. Du bestimmst auch die Allokation in Technologiemetalle und so weiter. Und hier wird es dann auch spezielle Videos geben, wo wir individuell auf jedes Metall eingehen, sodass du dich auch informieren kannst, wenn du jetzt 5.000 oder 10.000 Euro hast, in welche Bereiche du investierst. Und was jetzt schon möglich ist, ab 5.000 Euro Einmalanlage können wir schon loslegen. Und du kannst jetzt schon partizipieren. Und wie das funktioniert, alle Details, wie gesagt, unterhalb von dem Video blende ich dir den Link ein. Trag dich einfach in den Newsletter ein und da wird dir geholfen. Beziehungsweise du bekommst alle Informationen, die du benötigst, um hier eine Entscheidung zu treffen und um zu starten. Und wenn du jetzt sagst, Mensch, das ist hochinteressant. Ich habe eine Einmalanlage, die ich investieren möchte. Ich habe aber auch die Möglichkeit, für mich oder für meine Kinder oder Enkelkinder mit einem Sparplan zu beginnen. Dann kann ich dir das auf jeden Fall nur empfehlen, dass du dich informierst und dann natürlich auch die Möglichkeit nutzt, um aus diesen Papiergeldversprechen hinauszugehen oder alternativ in Sachwerte anzusparen. Und ich habe viele, viele Gespräche schon geführt und ich weiß, dass das gerade gesucht wird. Und deswegen auch hier sind wir immer mit am Ball, immer am Markt, um Produkte natürlich auch wieder zu verbessern, damit der Nutzen, sprich deine Sicherheit, deine Rentabilität bei der Geldanlage langfristig erfüllt wird. Ja, ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Ja, wünsche dir alles, alles Gute bei deinen sicheren und rentablen Geldanlagen. Wenn du den Kanal noch nicht abonniert hast, dann tue es jetzt. Denk auch an die Glocke. Wenn dir das Video oder die Serie gefallen hat, dann bedanke ich mich, dann freue ich mich jetzt schon über einen Daumen nach oben. Ich wünsche dir alles Gute. Schöne Grüße aus Eichenzell. Dein Daniel Sauer.